Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die. So es gab wieder mal ein Update, es gibt Neuigkeiten, nämlich das Sperrsystem ist jetzt anders geworden. Ich kann jetzt hier quasi sagen, ich möchte das sperren, ich möchte das sperren. Also ich kann mir jetzt aussuchen, welche Slots gesperrt sind. Man muss das da oben dann wieder zumachen. So, da könnten wir eigentlich jetzt direkt. Wunderbar. Allerdings befürchte ich, dass meine Quests zurückgesetzt wurden. Das werden wir jetzt kurz mal austesten, indem wir Quests, die wir haben, abbrechen und eine neue Quest annehmen. Ich bin jetzt gespannt, was ich kriege. Okay, er hat mich nur eine Stufe zurückgesetzt. Hm. Ich war auch Stufe 3. Ah ja, ich habe jetzt 18. Ich habe keine Ahnung, es dürfte durchs Update gekommen sein. Ähm. Dann machen wir ja das dann. Ja, ja, ich bin gerne. Ja, ja. So. Das heißt aber, wir kriegen auch eine Belohnung, oder? Dürfte auf jeden Fall mit dem Update zusammenhängen an der Skripper. So. So. Einmal davon ja noch wechseln. Wechseln. Ja. Irgendwas mit Trailerpark hatte ich gelesen. Schauen wir mal, wo er mich hinschickt. Ah, okay. Ich weiß schon, was wir haben. Okay. Okay. Na gut, dann ähm. Alles nachgeladen. Wunderbar. Hm. Interessanter, wenn ich dieses Mal zu einer anderen Zeit, da ist es üblich... Oh, 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 oh. Ne, vielleicht auch, weil es zwei sind. So, so. Ähm ... Wir können auch mal lesen. Ei. Komm schon. Danke. Das kann man nur Stoff, oder? Schraubenschlüssel habe ich? Ja, habe ich. Oh. Oh. Okay, nehmen wir auch mit. Hallo? Hm. Wissen wir auch warum hier zwei drin waren? Hm. Sammlerrohre haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt kommen wir mal zum Fahrrad. Gut. Das können wir mal lesen. Das können wir skripten. Okay, passt. So, der Postkasten ist leer. Da ist nochmal der Hund. Der war aber schon da. Hallo? Oh. Okay. Sag' mal. Welche Griecher? Ja, danke So, haben wir jetzt hier alle Ja So, das betlassen wir jetzt mal Lassen wir auch, da ist eh nichts dahinter So, Könnte ich das aber auch anders machen. Genau. Geht mal zum nächsten Haus. Na kommts her Junge, da man. So. Gut, noch jemand da? Nee, gut, dann ist das wunderbar. Danke, danke. So, da ist auch noch was. Die Maschine in der Ecke. So, da war doch was, ja. Genau. Ich kann mal scrappen. So. Hallo? So. So. Die stören mich jetzt nicht mehr. So. 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 Oh Gott. Ich bin hungrig, kann gar nichts sein. Komm her. So. Wunderbar weiterkits. So, hallo. So. 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 verdammt viele flaschen rum her ich zum zweiten ausgang das ist leder das ist auch leder nimm es einfach mal mit Das ist schon mal eine Kräschweite. gehen ein wasser fast unter ok nicht drüber nachdenken doch das ist okay Institute of Texas So, theoretisch könnte man das noch mitnehmen, weil ich glaube es wird schon problematisch genug den Rest mitzunehmen. So, da gibst du mir mal, was ich dir vorher da reingelegt habe. Ah, danke. So, was haben wir da? Wir haben was zum Essen. Das kann man wegschmaßen. Das kann man von mir aus lesen. Spritze kann man eine nehmen. Das ist leider nur eine. Kann man zwei hinteren anderen nehmen. So, dann hätten wir noch das Fahrrad. Jetzt werden sie immer noch zwei Sachen. So, Scrap und Scrap und wir sind fertig. Gut, ab zum Händler. Ich lasse mich hier irgendwo durch. Ja. Ich lasse mich hier. Oh. Ich lese dich raus. Ich mache unseren Korn. Gehta mal. Hier wird hoffentlich einiges reingehen. Hier wird hoffentlich einiges reingehen. Und hier auch. So, das kommt noch daran. Ja, das ist schön. So, in der Echtzeit. Ja, ich habe echt noch eine Kiste hergestellt. Dass wir mal Kisten kriegen. Also theoretisch müssten wir jetzt wieder eine Belohnung kriegen. So, das ist. Achso, ne, wieso brauche ich jetzt 30 Punkte? Ich habe keine Ahnung. Wie durcheinander. Achso, ja klar, 2... Ja, ja, okay, dann filmen wir doch noch mehr. 10 Punkte war es ja für die Stufe 1. Mal geschaut, was er hat. Gut, mein Schätzer, Spülbecken. Das wäre nicht schlecht. Ach, halt, ich. Mag dich auch nicht. Oh, du weißt das. Das könnte man natürlich auch Samen von ihm holen. Hm. Hm. So. Haben wir noch Samen? da nicht auch nicht keine Samen mehr ok jetzt abgeschlossen ah wir überleben schon 7 Stunden ok seit 7 Stunden hat mich kein Hund mehr gekillt freilich so da kann man eigentlich noch die waren und da kommen die waren so Händler ich hab 10.000 ok dann hol ich mir jetzt den Wasservilter den zweiten dann haben beide beide Traursammler sauberes Wasser und ich brauch nichts mehr abkochen oder nur noch das was ich find danke danke was dann sah man ja nichts was ich bin ähm hunderttag 19 kriegst was Neues ok er hat einen Mini-Motor-Rhythmus 16.000 ok danke 16.000 für den Mini-Buy jetzt haben beide sauberes Wasser einen Strahlungsentferner da hab ich ihn recht geholt ich finde davon kann man nicht genug haben ähm haben wir auf die Pistole da ja haben wir da schon einen nein das hieß da so dann kann man das wieder zustecken wunderbar 31 dreckiges Wasser ja das könnten wir mal kochen mein Zementmischer ist fertig oh da könnten wir zwei hinstellen das wäre ok ok die tun wir nicht so leicht umstehen da müssten wir es draus brennen da davon da davon danach alles was auch drin ist so ich weiß dass es noch nicht sicher ist ja aber ich brauche Platz mir reicht's hier kommen wir hin können die ja dann immer noch umsetzen aber jetzt für den Moment wenn man sich schon mal hier machen so essen trinken Samen so Zement da kommt quasi die Schmelzer her da haben wir was so und wir wachsen uns hier mal am Durchgang so da kommt noch eine Treppe her so da kommt noch eine Treppe her und zwar und zwar so so ja eigentlich bräuchte man noch eine vierte Kiste machen wir es so machen wir es so 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 das da kommt auch noch ein Zutaten so so umkommen rein Samen ja eigentlich gehört das ja eh zu Medizin nein nein so so also die hier ganz hier jetzt hier kann man noch da drüben rein tun das wir brauchen doch eine Medizinkiste eventuell hier ich brauche zuerst einmal Holz das ewige leitthema gut, meine Hortenbüche steht noch so, jetzt könntest man vielleicht noch ein paar machen das muss man mal ziehen wollen wir noch hier drüber fahren so sehr gut hätte man gar nicht ausbrennen müssen das ist mein Landklinenblock frei oder nicht das ist mein Landklinenblock frei das ist mein Landklinenblock frei aber ich sehe gerade, wie lange die Folge schon ist ich würde sagen, für heute reicht wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder ich sage tschüss, tschau, bis dahin